Hallo und herzlich willkommen zur elften Vorlesung im Bereich der Theorien zur Parapsychologie mit einem Thema, was in der Kladistik eigentlich ursprünglich nicht vorgesehen war, was sozusagen jetzt in letzter Sekunde reingerutscht ist, weil ich bei ein paar Recherchen und Nachforschungen auf das Thema gestoßen bin und es deswegen noch in die Kladistik eingebaut habe und sozusagen jetzt hier reingerutscht ist. Das ist das Thema Geisterfrüchte. Klingt jetzt erstmal verwirrend, aber wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Wird auch eine relativ kurze Vorlesung, muss ich sagen, weil es gibt nicht allzu viel dazu zu sagen. Okay, wenn wir in die Kladistik gehen, natürlich innerhalb des Bereichs der Phänomenologie, kommen wir dann zu der Frage, handelt es sich um Eishüllen von Früchten an Bäumen? Beantworten wir diese Frage mit Ja, dann landen wir hier in dieser Vorlesung zu den Geisterfrüchten. Bei Nein kommen wir dann, wie das Übliche, zur nächsten Prüffrage. Aber natürlich landen wir hier bei Ja. Bei Geisterfrüchten handelt es sich um Eishöhlen, welche die Formen von Früchten haben. Bekannt sind bisher nur Äpfel, die bei extremer Kälte dieses Phänomen aufweisen können und dann Jonah Ghosts genannt werden. Warum Jonah Ghosts? Nun ja, es ist halt aus den USA hauptsächlich berichtet worden und daher ein englischer Name. Ansonsten ist es ja oft so, dass zu Hochzeiten der Parapsychologie, also ich sage mal so 1950er bis 1970er Jahre, da war ja Deutschland weltweit führend, bis wir es 1976 dann aufgegeben haben. Und da haben sich einige, ja, deutsche Begriffe im englischen Sprachraum breitgemacht. Also keine Anglizismen, sondern so eine Art Germazismen. Und, also zum Beispiel Poltergeist. Das ist ja ganz berühmt. Geist selber gibt es da natürlich auch noch. Und das ist eigentlich eine tolle Sache, aber das ist Vergangenheit. Hier sind es nun mal die Jonah Ghosts oder bei uns Geisterfrüchte. Theoretisch sollten diese überall da zu finden sein, wo im Winter noch ungepflückte Äpfel an Bäumen hängen und wo es zu Gefriertemperaturen kommen kann. Ich sage bewusst theoretisch, denn praktisch ist dieses Phänomen eigentlich nur einmal wirklich dokumentiert worden. Es wird bisher jedoch nur im Winter 2018 bis 2019 in Michigan dokumentiert, wie ich gerade schon angeteasert hatte. Und dort hat sich der Bauer Andrew Sietzema bemerkt und fotografiert. Hier seht ihr auch die Originalfotos von ihm. Sein Freund William Shoemaker hat dies bestätigt. Es gibt keine offizielle Erklärung. Es wird immer die Theorie der beiden Bauern als Erklärung genannt. Also die haben sich selbst dann Gedanken gemacht, gefragt, wie kann das eigentlich sein? Ja, muss ja irgendeinen Grund geben. Und diese Theorie, die sie sich dann ausgedacht haben, lautet wie folgt. 1. Während ungepflückte Äpfel am Bäumen hängen, kommt es zu Gefriertemperaturen, sodass sich eine Eisschicht um die Äpfel bildet. 2. Bei konstant kalten Temperaturen beginnen die Äpfel zu schimmeln und werden zu einem Brei, welches durch ein Loch im Boden, was sich bei einem Prozess bildet, abfließt. 2. Zurück bleibt die Eishülle, welche als Geisterfrucht oder Jonah-Ghost bezeichnet wird. 3. Der Botaniker James Wong zweifelt diese Erklärung an. 4. Das sind auch die einzigen drei Leute, die man jemals findet, die sich damit wirklich befasst haben. Alle anderen haben das immer nur wiedergegeben. Also es gab keine andere Untersuchungen, sondern Zeitungen, wissenschaftliche Magazinen, haben eigentlich immer nur die Geschichten und die drei Meinungen hier wiedergegeben. Ich kann jetzt auch nicht viel mehr machen aus meinen eigenen Gedanken und deswegen wird das jetzt, wie gesagt, auch ein sehr kurzes Video. Und das ist auch der perfekte Übergang, um diese These zu überprüfen. Problem ist natürlich, die These der beiden Bauern müsste zunächst unter Laborbedingungen getestet werden, denn nur dort hat man ja die Möglichkeit, Bedingungen zu schaffen, die man einheitlich kontrollieren kann und sozusagen ideale Bedingungen zu schaffen, um zu testen, ob es überhaupt funktioniert und wenn man es im Labor schafft, dann wäre die Frage, okay, wir haben jetzt die idealen Bedingungen geschaffen, kann es denn per Zufall in der Natur passieren, dass diese auch vorkommen? Wie müsste man das machen? Naja, in einem kontrollierten Umfeld müssten Äpfel frei hängt mit einer Eisschicht überzogen werden und dann mittels Zeitrafferbeobachtung bei gefrierten Temperatoren, zum Beispiel beginnt bei minus 5 Grad Celsius, muss beobachtet werden, ob es zur Faulung der Äpfel kommt und ob die Eisschicht dabei intakt bleibt, weil das ist ja zwingende Voraussetzung, erst einmal. Sollte das keinen Erfolg bringen, muss die Temperatur im festen Intervall, zum Beispiel pro Monat 1 Grad Celsius plus, erhöht werden, bis der Verrotungsprozess einsetzt. Man muss also die Temperatur finden, wo man sagt, alles klar, das Eis schmilzt nicht, aber der Apfel verrottet dennoch. Ziel ist es dabei, eine Temperatur zu finden, bei der der Apfel verrottet und das Eis nur punktuell am Boden geschmolzen wird, weil nur so könnte die These der Bauern ja stattfinden. Wichtig dabei ist auch, dass der Apfelbrei, der zurückbleibt, selbst zumindest viskos sein muss, also wenigstens ein bisschen abfließen kann, weil wenn er selber gefrieren würde, hätten wir natürlich das Problem, er würde, auch wenn sich ein Loch unten in der Eishülle bildet, nicht abfließen können. Das dürfte sich aber alles als sehr schwer erweisen, denn erstens unreines Wasser, in der Natur kommt halt kein reines Wasser vor, gefriert erst bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius. Je nach Salzgehalt im Normalfall bei wirklich minus 2 Grad Celsius. So funktioniert im Prinzip ja auch Streusalz, das dazu führt, dass halt die Gefriertemperatur sinkt und es deswegen schmilzt. Bei dieser Temperatur wird der Stoffwechsel der meisten Organismen, vor allem Einzelnen, so stark verlangsamt oder komplett unterbrochen. Ausgenommen sind Kyrophil-Organismen, also Organismen, die auch bei extremst kalten Temperaturen aktiv sind. Da gibt es ein paar wenige Bakterien und ein paar Aschenen, aber insgesamt sind die für, sagen wir mal in unserer normalen Betrachtung, irrelevant. Das bedeutet, es kommt nur in seltenen Fällen zur Fäule und in der Regel wird der Apfel konserviert. Äpfel sind zudem relativ beständig gegen Fäule, das muss man auch dazu sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem Apfel passiert, ist streng genommen geringer als bei anderen Früchten. Drittens, Fäule ist ein exothermer Prozess. Das heißt, Energie in Form von Wärme wird frei. Das würde natürlich bedeuten, das Eis würde schmelzen, jedoch nicht nur an einen Punkt, sondern die Wärme würde sich natürlich, ich sage mal, von einem Zentralpunkt aus, wo die Fäule beginnt, radial ausbreiten. Also es werden alle Bereiche betroffen. Zudem hat Wärme die Eigenschaft, dass sie nach oben steigt. Also warme Luft steigt nach oben, während kalt nach unten steigt, weil warme Luft halt in niedriger Dichter. Das heißt, streng genommen, selbst wenn wir eine delokalisierte Fäule innerhalb dieser Apfelheißhülle hätten, würde die Wärme höchstwahrscheinlich zuerst oben den Apfel schmelzen und er würde oben aufbrechen und abfallen, ehe sich ein Loch überhaupt unten bilden kann. Das bringt uns zur folgenden Konklusion. Entweder ist die Temperatur so niedrig, dass es gar nicht erst zur Fäule kommt oder so hoch, dass es zur Fäule kommt, jedoch sich keine Eichstisch bilden könnte. Das bedeutet, rein theoretisch ist die Theorie der Bauern, wie Sie sich das erklären, natürlich behelfsmäßig für die Situation erst einmal ganz gut gedacht gewesen. Bei genauerer Betrachtung aber wird es nicht funktionieren. Das hier ist nach wie vor trotz allem nur These und Theorie. Vielleicht gibt es einige Besonderheiten. Vielleicht sind die Äpfel mit irgendeinem Mittel gespritzt gewesen, was eventuell andere, ja ich sag mal, Prozesse hervorrufen kann. Möglich, aber das müsste man im Labor testen. Aber wenn man hier nur rein von dem, was wir wissen, ausgeht, also wie Wärme funktioniert, was exotereien Prozesse sind, wie Fäule stattfindet, wann Wasser gefriert und so weiter und so weiter, wenn man das alles zusammennimmt, was ja alles bekannte Tatsachen sind, dann dürfte es solche Hüllen gar nicht geben. Mit Geistern hat das natürlich relativ wenig zu tun. Es wird garantiert ein natürliches Phänomen sein, wo aber noch ein paar Daten fehlen. Aber solange ist es erst einmal unerklärt und bleibt damit im Bereich der Parasyphologie. Ja und wie gesagt, das war eine kurze Vorlesung. Das war jetzt nämlich auch das Ende. Wie immer hoffe ich, trotz allem, es war für euch interessant. Das ist, denke ich, ein Thema, was auch viele noch nicht gehört haben. Wie gesagt, ich bin auch per Zufall darüber gestolpert und habe mir dann Gedanken dazu gemacht und festgestellt, ist eigentlich ein Phänomen da nicht erklärbar mit den Thesen, die bekannt sind. und habe es zu den Akten genommen und euch das dann entsprechend natürlich vorgestellt. Wie immer würde ich mich über einen Like freuen, über Kommentare freue ich mich auch gerne. Die, die gerne schreiben, wissen ja, dass ich in der Regel auch eigentlich alles beantworte, es sei denn, der YouTube-Algorithmus teilt mir irgendwas nicht mit und mir rutscht es dann durch. Dann sehe ich es manchmal erst später oder vielleicht auch gar nicht. Und gerne könnt ihr uns natürlich immer supporten, nicht nur mit Kommentaren, sondern auch mit den Likes und natürlich mit einem Abo, wenn ihr noch keins da gelassen habt. Immerhin, wenn euch der Content gefällt, dann werden euch auch sicher die restlichen Videos gefallen. Und wer ganz eifrig sein will, der kann es natürlich auch über Paypal bisschen was zukommen lassen. Den Link findet ihr immer in der Videobeschreibung. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei neuen spannenden Themen und hoffentlich seid ihr wieder dabei. Tschüss!